Wir müssen die Bankkriminalität auf unserem wunderbaren Planeten in der Erde bekämpfen. Wir bekämpfen die Bankkriminalität und nehmen wir erst die Verbrecherinmittlung, dann die Verbrecher bei Polizei melden, dann öffentlichen Druck auf die Verbrecher aufbauen, dann die Verbrecher festzuhalten lassen, dann die Verbrecher nach durch unsere Stelle treiben lassen, dann die Verbrecherin regnet und sich selbst durchlassen und dann die Verbrecherin von der Klicke an vorteilen. Was ist das? Wir wollen Ordnung, Freiheit und Gerechtigkeit mit der Seite und bleiben alle immer wie möglich und so kritisch wie nötig. Wir wollen Ordnung, Freiheit und Gerechtigkeit mit der Seite und bleiben alle immer so lieb wie möglich und so kritisch wie nötig. Wir wollen Ordnung, Freiheit und Gerechtigkeit mit der Seite und bleiben alle immer wie möglich und so kritisch wie nötig. Wir wollen Ordnung, Freiheit und Gerechtigkeit mit der Seite und bleiben alle immer wie möglich und so kritisch wie nötig. Wir wollen Ordnung, Freiheit und Gerechtigkeit mit der Seite und bleiben alle immer wie möglich und so kritisch wie nötig. Wir wollen Ordnung, Freiheit und Gerechtigkeit mit der Seite und bleiben alle immer wie möglich und so kritisch wie nötig. Wir wollen Ordnung, Freiheit und Gerechtigkeit mit der Seite und bleiben alle immer wie möglich und so kritisch wie nötig. Wir wollen Ordnung, Freiheit und Gerechtigkeit mit der Seite und bleiben alle immer wie möglich und so kritisch wie nötig.